Hey, voilà! In dem Jahr 1985 hat diese Stelle auch nie funktioniert, muss auf die eine Name reiben. Aber meine Damen und Herren, wahrscheinlich liegt es daran, dass es Ihnen bei meinem Anblick die Sprache verschlägt. Ich gebe Ihnen jetzt genau zwei Sekunden Zeit, sich an diesen Anblick zu gewöhnen. Naja, und dann machen wir das Ganze nochmal von vorne. Weißt du, also, dann wollen wir mal, äh, 21, mh, das ist auch freundlich, 22. Apropos, zehn Jahre Lakage voll, wie finden Sie eigentlich mein Jubiläumspfetzen? Applaus Von hinten bis vorne, von oben bis unten. Aus handgetriebenem Kupfer. Ja, stellen Sie sich vor, wir haben unter dem Theater eine Ader gefunden. Und haben uns gesagt, bei der Finanzlage der Stadt Berlin, machen wir mal lieber erst ein Kleid draus. Gesagt, getan, hier stehe ich also. Aber meine Damen und Herren, die Geschichte geht weiter. Wenn Lakage voll abgespielt ist, dann werden hieraus Telefongräte für den Friedrichshain. Das ist nun unser Beitrag für den Aufbau Ost. Aber ich rede und rede und rede, wo war ich denn stehen geblieben? Ach, na, 22. Wie geht's Ihnen heute Abend, meine Damen und Herren? Gut? Ja. Ah, sehr nett, sehr nett. Aber, haben Sie gemerkt, nur die Damen haben wieder mal geantwortet. Immer sind es wir Frauen, die kommunizieren. Und die Herren der Schöpfung sitzen da in ihren Sesseln, bewegen sich nicht, die kriegen die Zähne nicht auseinander, zeigen keine Emotionen, trauen sich nichts. Ja, meine Herren, wollen Sie das auf sich sitzen lassen? Nein. Ich frage Sie jetzt, von Mann zu Mann, und ja, war es eine Antwort, die Sie sich gewaschen haben? Wie geht's Ihnen heute Abend, meine Herren, gut? Ja. Jawoll. Ja. Ehmann. Sehr schön. Fast wie bei Tennis Borussia. Sehen Sie meine Namen? Man muss nur manchmal ein bisschen nachschieben, da kennt man schon, was man will, gell? Es gibt eben doch noch richtige Männer. Solche mit Hand und Fuß und allem Drummüte. Naja. Aber die werden immer seltener. Scheinen irgendwie auszustärken. Ich habe mich entschlossen, etwas zu unternehmen. Ich sammle zurzeit Unterschriften für eine Tradition. Denn ich finde, richtige Männer sind schützenswertes Leben, die gehören unter Naturschutzgestellen. Jawoll. Fragt sich, wer jetzt applaudiert hat. Lassen wir das. Ich finde, es ist sehr günstig, dass es hier dunkel ist, gell? Naturschutz, meine Damen. Ich habe mir bei Greenpeace ein paar ganz tolle Aktionen abgeguckt. Fassen Sie auf. Wenn ich zum Beispiel beim Winterschluss verkaufe, auf dem Kurfürsten, nein, auf der Schönhauser Allee bin und ich sehe so ein tolles Exemplar von richtiger Mann. Was mache ich? Ich springe drauf und krall mich fest. Bis der Kerl zugibt, dass er von mir beschützt werden muss. Naja. Nun ist natürlich das dauernde Bespringen ziemlich anstrengend. Da gibt es noch eine Aktion, auch von Greenpeace abgeguckt. Ich nehme einfach mein Fußkettchen und kette mich an dem begehrten Kerl fest. Ja. So habe ich es auch mit diesem Exemplar hier unten gemacht. Es war 1950, da sind wir uns begegnet. Und seitdem sind wir aneinander getestet. Ich habe extra dieses große, tiefe Loch hier ausgaben lassen und die darunter gesetzt. So habe ich ihn immer unter Kontrolle. Und, netter kleiner Nebeneffekt, wenigstens einmal am Tag muss er zu mir aufschauen. Und das macht er nun schon seit 1900 und, ne? Und, aber logischer hat sich schon in den ersten 14 Tagen unseres Kennenärms mit mir gelangweilt. Wir wissen ja, wie Männer sind, ne? Naja. Und dann habe ich ihm alle diese netten Spielkameraden hier besorgt. Viele weiße Papier mit den schwarzen Kühlchen und das Stöckchen. Und seitdem sitzt er da unten und spielt. Also wenn er so macht, dann heißt das nicht etwa, komm du, mir nach Hause. Nein, 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 nein. Er dirigiert. Der wunderbare Herr Wolf Kühl. Das wunderbare Orchester des Teats des Bestens. Bravo! Bravo! Auch im zehnten Jahr nehmen wir hier in der Karte voll das Leben, wie soll ich es ausdrücken, von einer ganz bestimmten Seite. Mein Name ist meine Damen und Herren, Sie haben nichts zu bewuschen. Sie werden gleich die Bedeutung begreifen. Es ist geschmacklos, aber auch fast elegant. Der Kellner rechnet und küsst hier dabei die Hand. Der kluge Tiger droht mit Babelur mit Äthien im La-Carde-Roll-Port. Ein bisschen New Wave, ein Hauf von alter Zeit. Passt jede Lady, ist ein Kerl in einem Kleid. Sie kommen ab, drückt extra und der Mann vom Welt hier ins La-Carde-Roll-Port. La-Carde-Roll-Port. Hey, hier ist niemand züchtig. Jeder Drink ist hier einwandfrei. Nur ganz wenig Wasser dabei. Verrückte Pate taubeln hier am Abend auf. Ein Seemann küsst, denn noch läuft niemand richtig auf. Welts muss verleben, nimm ein Taxi, fahr mal eben zum La-Carde-Roll. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La-Carde-Roll-Port. Ja, ha, 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 ha. Wir kommen alle mit dem Hand. Wie geht es? La-La-La, la-La. La-La-La-La-La-La. La-La-La-La-La. La-La-La-La-La-La. La-La-La-La. La-La-La-La-La-La. La-La-La-La. La-La-La. Applaus Applaus